Herzlich Willkommen zur neuen Folge Fortnite. Es gibt mal wieder eine Neuigkeit als Community-Event. Derzeit ist hier zwar im Itemshop schon der erste Weihnachts-Skin drin mit der Mistel-Elfin. Allerdings haben wir ja auch noch die Herbstkönigin, die ja zum Herbstthema so ein bisschen passend ist. Hier auch mit dem ganzen Blätterumhang. Und passend hier zum Herbstkönigin-Skin wird auch noch eine Lackierung rauskommen. Vorausgesetzt, die Community macht genug mit. Denn dazu werde ich euch jetzt mal etwas zeigen. Und zwar, könnt ihr hier schon sehen, so wird die Lackierung aussehen. Und das ist nämlich der Auftrag Herbstkönigin. Saisonale Grüße von der Herbstkönigin ab Donnerstag, den 28. November, also von Freitag aus gesehen. Also heute, gestern können Spieler auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um im Auftrag Herbstkönigin die animierte Herbstblatt-Lackierung preizuschalten. Das Ganze läuft bis zum 2. Dezember. Hier ist auch nochmal ein Bildchen von der Lackierung. Sieht eigentlich ganz cool aus mit den herunterfallenden Blättern. Ist schon eine nice Lackierung, vor allen Dingen. Es ist komplett kostenlos. Beim Punkteverdienen dreht sich alles um die Zusammenarbeit der gesamten Community. Spielt vom 28. November ab 16 Uhr. Das heißt, seit gestern bis zum 2. Dezember um 2 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich bis dahin wird keiner spielen. Das heißt, eigentlich ist es nur bis zum 1. Dezember. Das heißt, bis Sonntag müssen wir insgesamt 2,5 Milliarden Punkte sammeln. Das ist tatsächlich eine ganze Menge, vor allem wenn wir dann gleich mal zum Punktesystem kommen. Wenn wir das immer bis zum 2. Dezember da um 2 Uhr erreichen, wird die Herbstblatt-Lackierung allerdings erst am 6. Dezember, also zu Nikolaus, freigeschaltet. Wahrscheinlich mit dem neuen Itemshop. Dann, das Punkteverdienen ist ganz einfach. Führt eine der folgenden Aktionen durch, um den Community-Punktstand zu erhöhen und den Auftrag Herbstkündigen erfolgreich abzuschließen. Es gibt drei Methoden. Einmal, man heilt Verbünde mit der Bandage-Bazooka. Das gibt ein Punkt pro geheilten HP. Das heißt, wenn jemand 50 HP hat, man dann 3-4 Schüsse raufhaut, dass er wieder 100 Leben hat und man dann 50 HP geheilt hat, spielt man 50 Punkte für die gesamte Community. Ein Teammitglied-Wiederbeleben bringt dagegen relativ wenig Punkte, nur 2. und ein Match mit einem vollen 5-Punkt ist eigentlich auch relativ zu vernachlässigen, weil man eigentlich wirklich nur hierdurch die meisten Punkte verdienen wird. Jetzt können wir auch noch live die ganze Zeit sehen, was für einen Community-Fortschritt wir haben. Und das ist ja 2 Tage, 18 Stunden und 34 Minuten haben wir noch. Sieht eigentlich ganz nice hier aus. Das ist auf jeden Fall die Website. Und wir haben schon 300 Millionen Punkte gesammelt. Allerdings muss es tatsächlich noch deutlich mehr werden. Natürlich jetzt war Nacht. Allerdings ist zum Beispiel ja in Amerika trotzdem immer noch tagsüber. Deshalb kann es auch nicht irgendwie daran liegen. Ist zwar erst seit gestern 16 Uhr. Das heißt jetzt irgendwie 12 bis 16 Stunden irgendwas in dem Dreh. Okay, das ist noch nicht allzu viel Zeit, aber trotzdem muss das noch deutlich mehr Sinn sein. Wir haben jetzt nämlich gerade mal ein Achtel von der Gesamtpunktezahl erreicht und dafür ist eben nicht mehr allzu viel Zeit übrig. Das heißt, geht einfach in eine Runde Gruppenkeile rein, holt euch eine Bandage-Basuka und heilt einfach eure Verbündeten, was das Zeug hält, um hier die Punkte freizuschalten. Ist kostenlos einfach und ich denke mal, darüber kann sich keiner beschweren. Das war es dann mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.